Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Ash unterwegs und wir sind heute wieder mit der Crew unterwegs. Dementsprechend, wir schaffen das Adrenalin, Plottwist und Verzerren als Fähigkeiten mit dabei. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein heute mit Julie und Claire. In diesem Sinne, let's go! Nächste Woche nehme ich mich frei, dass du Lobby enjoyer. Gerne. Macht das ruhig publik. Ich sage ja, ab drei, es ist eine allgemeine Regel, ab drei bekommt es überhaupt einen Namen. Und ab drei ist eine Party auch. Aber wir haben es letztes Jahr. Weil zwei ist nur ein Sit-In. Letztes Jahr hatten wir 69 Sessions. 69? Ja, ich habe gezielt, Strichliste. 69 Sessions in 55 Wochen. Ja, jeden Freitag. Noch 14 extra Freitage. Ja. Julie hat halt schon 22 angefangen, Strichliste zu machen. Ich bin übrigens im Chase. Ich gerade... Oh mein Gott, ist das ein Chase. Ich bin im Chase. Ey, was für ein kranker Chase ist das denn? Hä, ich habe den Chase, du... Nimm meine Lorbeeren nicht. Ich habe... Hä, okay, 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 okay. Oh, warte mal, du... Du ziehst ihn ja auch zu dir! Wie ich ziehe? Julie, verbrenne dich nicht am Feuer. Er hat sich entschieden. Oha. Er verbrennt sich am Feuer. Da können wir nichts machen. Meine Mama hat mir als Kind beigebracht, dass ich nicht an die heiße Erdplatte fassen soll. Du ich auch nicht. Ja, ich habe wieder ein bisschen lange her. July. Juli. July darfst mich auch nennen. Das ist die englische Weise, wie man es sagt. Er kommt raus in den Garten, er geht in den Garten. Da, wo die... Ja, ist ja auch schön hier eigentlich. Und ich liege an der Palette drin. Na, er holt nicht. Season 5 wird jetzt gedreht, hast du gesehen? Oh, ich muss da noch ein, zwei Staffeln gucken. Oh. Aber immerhin habe ich nicht... Season 5 von was? The Boys? Nee, von Stranger Things. Achso. Ich habe so weit gekostet, bis der mit dem Fokuhila und dem Schnauzerbad kam. Der ist zwar der Beste, ne? Ja, erst denkt man, der ist doof, aber dann denkt man, hm. Das ist ganz witzig. Dann denkt man, oh, was ein Daddy. Oh. Oder nicht die erste Staffel? Nee. Weiter Rhythmus. Das ist doch der, der auf dem Auto da so steht und dann kommt so die Musik. Ja, aber das ist doch, ja, das ist doch genau der, es gibt nur einen, der die ganzen Muddys aufreißt. Das ist nicht der Ersten. Ach, natürlich. Das ist der große Bruder von dem anderen. Der ist mal das Arschlo, der hat immer von der Götten Muskeln. Von Max, der Bruder, den meinst du, ne? Ja. Von der Rothaarigen, gell? Ja, Max heißt Maxine. Und der heißt Billy. Der hat so trainiert. Immer. Der trainiert bei uns in der Serie. Juli, he is safe. Ja, ich helfe, aber was macht der wieder für Lacher-Sachen? Scheiß. Du musst mal weiterschauen. Hängst immer noch bei Staffel 3. Granz, ich hab's versucht. Versuchen ist der erste Schritt zu versagen. Granz, nicht so negativ. Das stimmt. Der kommt ja hier wieder lang. Juli rennt wieder weg, da wird nicht getankt. Ich dachte, ihr macht das da oben. Ich bin doch der Gen-Rusher. Ja? Viele Gens wurden denn schon gemacht von dir. Halber? Bietet das eine Rolle? Als Gen-Rusher würde ich eigentlich sagen, ja, aber... Wir haben gar nicht über Willi geredet. Nee, hab ich nicht. Er ist immer noch on you. Er ist so on you. Er lässt sich nicht eine Sekunde davon abbringen, on you zu sein. Hattest du mit dem, Alter? Der ist ja penetrant als meine Freundin. Wo kommt die raus? Ich bin umgekippt. Er ist umgekippt. Wo, wo, wo seid ihr? Was geht ab? Das war's, Juli. Such die Luke. Juli geht eigentlich vom Gen weg. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Dann kann ich's mir nochmal sparen. Aber kann ich dich nicht retten? Anschau. Du wirst schon gerettet. Okay. Ach, Juli. Komm. Ich bin doch schon da. Ah, ich hab den Hopps genommen. Hab sie's gesehen. Hey, Holly, was geht? Moin, moin. Du, dann mach ich dir mal den Gen oben. Und ich kümmere mich um die Verletzten. So machen wir's. Ich wollte ihn grad abhängen, aber der ist da. Ach, der Gen ist schon fertig. Nee, ich konnte nicht Gen rushen. Ich wollte retten. Ich habe den Abhoch. Erfolgreich. Vielleicht werde jetzt ich gechased. Ich werde gechased. Oh, ich liebe mein Leben. Hallo, die... Ach, Mann, die... Wir müssen jetzt... ...Grenz in den Bundes-Grenz-Schutz bringen. Ihr musst beschicken. Ich bin schon tot. Er sucht dich. Anzeigefehler. Das ist ein Anzeigefehler bei dir, Juli. Das ist eine laufende Leiche gerade. Warum? Damit er abschmieren kann's? Das ist das Game. Nein, ich rette dich, Grenz. Vertrau mir. Ich rette dich. Du wirst grad gejagt. Du siehst auch aus, ob du gerade gerettet werden. Wovor willst du mich retten? Hat Claire irgendwas vor hier? Nein, ich war's gern genug. Ich hab's nicht reinkalkuliert. Er war doch scammier. Er geht in den Mainbuilding. Er geht hoch. Achtung. Geht hoch, ihr Heilenden. Da kam die Warnung. Nur meine Freunde. So nett bin ich. Apoch Prime. Expresslieferung. Oh, eine Heilung. Perfekt. Leon kann nicht weit sein. Peter, was ist der Plan? Welche Gens? Also ich mach meine... Hauptsache Gens. Aber kannst du mich friends retten gehen? Er ist doch full live. Dann geht's fantastisch. Ging's noch nie so gut. Er ist bald... Ich bin noch nicht so im Chat. Ich bin noch nicht so im Chat. Das mag ich. Ja. Mama Mia. Here I go again. Mama. How can I resist you? Er is on me. Does it show again? Ist hier oben noch einer, Julie? Ja. Oh, nice. Gut geraten. Oh ja, warte noch, warte noch, Leon, warte noch. Gut geraten. Du bist doch einfach an da. Du bist halt so still heute, ne? Nee. SWF ist immer... Ist immer ein bisschen... Schwieriger mit dem Chat, ne? Ich glaube, Ada ist aus dem Spiel. Ach, sie kann Ada aus dem Spiel sein. Sie ist literally Resident Evil. Ja, aber es ist manchmal nicht eben dasselbe Universum, was einen anmacht. Ja, was ist das? Dweid-Universum? Das... Die Entity-Universum. Ihr müsst euch doch nicht um mich streiten, Demogast. Die Nalera, komm, habe ich begrüßt. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, also pass auf. Ihr könnt da oben den Genern machen. Adrenalin. Adrenalin. Ihr macht jetzt das Main auf und dann holt ihr mich erst runter. Boah, das ist eine wahnsinnige Idee. Er ist genau on mir. Also jetzt kann er... Er wirklich, er steht vor mir. Bewegt er sich nicht? Dann gehe ich mal zum Ausgang. Dann, ne, bewegt sich ein bisschen. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Machst du Main-Ausgang auch? Ja. Ich habe Leon den Medikit gegeben. Ich koordiniere euch. Einer muss von rechts von mir kommen, einer von links von mir. Der Leon heilt sich gerade. Der kann auf jeden Fall auch hin. Und dann komme ich noch dazu. So, wir haben alle vor der P-Build, Buckle-Up, 360, Backflip, Hyper-Hyper. Wir machen das. Wir machen das. Let it go. Let it go. Am besten frisst Leon keinen Hit, weil dann kann er euch insta-hit. Haben wir uns da verstanden? Ich muss erstmal hier mein Medikit wieder einsammeln. In Sekunden. Okay. Aida, kannst move'n. Aida, let's go. Ihr kommt alle von derselben Seite. Das ist schlecht. Er kann sich einfach an die Tür stellen. Warte, dann gehe ich andersrum. Okay, warte, Ash muss noch außen rum. Ihr müsst jetzt warten, bis Ash außen rum ist. Er hat schon mal vorgehauen. Kein Hit. So, jetzt kommt Ash von der anderen Seite. Der sieht mich jetzt. Okay, der muss Leon kommen zum Hallen. So oder so oder so. So geht's auch. Very nice, very nice. Aber was ist los? Wo ist er? Oh, Julie, du bist tot. Ich bin tot. Mach den Juke, mach links, rechts. Oh, Julie. Der Juke war gut. Hilfe, ich bin tot. Da liegst du nieder. Rettet mich. Der will ich uns. Ich bin tot. So würde Aida niemals um ihr Leben retten. Very good, very nice. Nicht mal Leon. Ihr habt ihn nicht gerettet. Das rief nicht wie geplant. Leon. Was ist denn, Leon? Leon. Was? Hat er auch? Ja, das kippt halt mal. Yo, Zett, mein Moin. Was passiert hier? Kein Profi. Das ist doch der junge Leon, der noch nicht die militärische Ausbildung genossen hat. Der ist am besten. Der ist auch ganz grün hinter den Ohren. Ja, der ist noch ganz grün. Da schmeckt's am besten. Julie mag die unerfahrenen Boys. Keine Ahnung, was da hinten raus noch passiert ist, Leute. War auf jeden Fall eine sehr Wilderung. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Falls es so ist, dann freue ich mich natürlich immer über einen Kommentar, über einen Like und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.